Ladies and Gentlemen, stellt euch vor, ihr könnt denn für 24 Stunden Superman sein, fliegen, stark sein, Leute retten. Ich weiß nicht, was er noch für Superkräfte hat, Leute. Würdet ihr das Ganze machen oder werdet ihr lieber ein anderer Held werden? Ja, welcher Held werdet ihr gerne? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Aber heute gibt es die Möglichkeit, Superman hat etwas ins Radio eingesprungen und zwar hat er so eine Nachricht reingeschickt, Leute, wo er gesagt hat, ey, heute können alle Bürger und Bürgerinnen von Los Santos zu mir kommen. Ich werde eine Person auswählen und die bekommt meine Fähigkeiten für 24 Stunden. Und ich sag euch ganz ehrlich, das hört sich super an, deswegen lasst das mal ein dickes Zornchen da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute, um nichts zu verpassen und um ein krasser Superheld zu werden, müssen wir aussehen wie ein Superheld. Ich weiß nicht, wie er die Leute aussucht, aber bestimmt niemanden, der aussieht wie ein ganz normaler Mensch, denn ein Superheld ist maskiert, geheimnisvoll und, äh, okay, Superman zeigt eigentlich sein Gesicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen, let's go zum Klamottenladen. Auf geht's, Freunde. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich hier im Laden angekommen und ich sag euch ganz ehrlich, ich hoffe, wir werden was Krasses finden. Wir brauchen Masken, wir brauchen Vermummung, wir brauchen vielleicht irgendeine coole Hose, ein cooles, äh, gibt's einen Cape, Leute, hier? Ich weiß es nicht. Äh, guten Tag, ey, servus, willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Und zwar, ähm. Ähm, ja, okay, ich glaube, sie könnten mir weiterhelfen. Und zwar, ich muss aussehen wie ein Held, ein Superheld. Wissen Sie, wie ich meine so... Siehst du doch schon aus. Hehehehe. Danke. Das war ein kleiner Witz. Ja, wir müssen einiges rausnehmen. Ja, können Sie mich beraten ein bisschen so? Also, das Ding ist, ich will Superheld heute sein. Ich weiß nicht, ob Sie davon mitbekommen haben, ist ja auch egal, aber, oh, ich sehe hier gerade, Sie haben hier auf jeden Fall ein paar Masken. Äh, wie finden Sie die hier? Ähm, ja, die würde auf jeden Fall den Klamottenstil unterstreichen, ja. Aber ich brauche eine Superheldenmaske. Haben Sie da etwas Passenderes so? Ja, ähm. Ich kann doch nicht als Vogel gehen. Naja, gut, mit der Jogginghose passt das schon. Aber ich könnte ein Vogelman sein. Oder ein, äh, Truthahn? Das ist ein Truthahnman. Wolfman? Oh, äh, haben Sie vielleicht etwas, was mehr passt? Sowas wie, äh? Ja, haben wir, haben wir. Oh, Staub geht zurück. Zurück? Ja, noch ein bisschen, nochmal. Guck mal, nochmal. Ja, da, das passt doch. Guck mal, du hast, nein. Ja, das sieht zuckelig aus. Der passt doch. Du hast die Augen superheldenmäßig. Denkst du, Superman wäre froh, wenn ich sagen kann? Ja, das wäre ich schon mal. Aber wir müssen, also, ich bin kurz davor, die Polizei anzurufen, ne? Also, so wie du aussiehst mit den Klamotten. Ja, okay, welche Hose passt dazu? Sagen Sie es mir, sagen Sie es mir. Du hast ja ziemlich monge jemanden zurück, die amerikanische Hose, weil du Amerika so magst. Die hier? Ja, die sieht gut aus. Das streicht doch deinen Körper. Die hier? Das ist echt so ein superhelden-Denken. Nein, nicht die. Nein, weiter. Wie? Ja, die. Nein, zurück zu den Streifen. Die, die? Die macht dich schlanker. Okay. Ähm, wie sieht es aus mit, äh, vielleicht einer Kopfbedeckung von hinten, damit man... Nee, 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 das brauchst du nicht. Nee, wir müssen auf jeden Fall dein Oberteil nochmal umändern, ne? Okay, mein Oberteil, alles klar. Ja, ähm, wie sieht es aus mit meinen Schuhen zuerst? Oh. Ja, nee, das gefällt mir gar nicht. Okay, die Schuhe... Oh. Ja, doch, das passt. Oh, die Schuhe! Ja, ja, super. Ich sehe aus, wie... Okay, soll ich sagen, oder lieber... Ja, okay. Und oben, was sagen Sie oben so? Ähm... Aber ich kann so sein. Dann sehe ich aus wie ein Superheld. Nee. Nee. Ich... Äh... Wie wäre es denn... Oh, hier, sowas vielleicht. Sowas Buntes. Wissen Sie, was... Ja, doch, sowas passt. Das letzte müssen wir noch wegmachen, dann passt das schon. Oh, Moment. Äh, ich muss kurz mein Shirt ausziehen. So. Ja, doch, so siehst du super aus. Dann bist du Superheld. Ich sehe aus wie ein Superheld? Hm, das macht aber 300 Dollar. Äh, aber es... Warten Sie, ich frage mal die Frau. Entschuldigung, die Dame. Ich bin Superman. Okay. Äh, wie sehe ich aus wie ein Superman? Hm, du kannst alles sein, was du willst. Äh, na gut, ich zahle es hier, bitteschön. 300 Dollar bitte einmal, dame schön. Auf Wiedersehen, ne? Ciao, ciao. Ey, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich sehe heute aus wie Superman. Ich habe eine Maske an. Man sieht nicht direkt mein Gesicht, Leute. Aber man erkennt mich an den Schuhen. Okay, Leute, jetzt fahren wir ganz schnell rüber zum Superheldenhaus und hoffen, dass Superman uns auswird, Leute. Wir sind auf jeden Fall crazy unterwegs und wir müssen uns beeilen, weil in ein paar Sekunden ist die Auslosung für den Superheldenfähigkeitentag. Let's go. So, Leute, hier vorne muss das Supermanhaus sein. Oh, hier sind ziemlich viele Menschen. Ich glaube, wir sind hier richtig so. Äh, hallo. Entschuldigung. Oh, die sehen aber alle nicht so aus, die Superhelden, wenn ich ehrlich bin, so. Oh, da ist er gelandet. Oh. Oh, Superman. Mein Name ist Superman. Hallo. Servus. Schau mir, schau alle genau an. Hm. Oh. Schau mal. Oh. Ja? Ich habe eine Möglichkeit, Sie vielleicht zu überzeugen, Sir. Wusstest du das wirklich? Ja, soll ich Sie überzeugen, Sir? Zeig's mir. Na gut. Ich bin Superman. Das war mein Auto, ja. Ich habe extra eine Maske von Ihnen an. Erkennen Sie sich wieder? Ich will, dass er es alle ernst nimmt, aber irgendwie nimmt das hier keiner ernst, bis auf diesen Clown da. Äh, ich bin kein Clown, ich bin Super. Ich bin angezogen wie ein Clown. Äh. Aber er hat gezeigt, dass er willig ist, sich zu blamieren. Äh, wieso blamieren? Was ist denn los mit dir? Aus dem Weg. Oh. Ja, Superman, ich bin's. Ihr seid alle durchgefallen. Du. Ja. Du bist mein Nachfolger. Mitkommen. Äh. Ey, Mann, was soll der nicht? Der ist ja voll die Schmarrspur. Oh. Oh. Aus dem Weg. Das waren die anderen Bewerber als Superman, ne? Okay, alles klar. Ey, Superman könnte ich auch so einen Cape haben wie Sie. Es kommt alles mit Zeit. Okay, alles klar. Ähm, was nun? Ja, erstmal müssen wir zum Trainingsgelände. Komm zu mir. Bleib stehen. Äh, ja. Okay. Wir müssen losfliegen. Okay, los. Let's go. Wow. Wo fliegen wir? Oh, mein Gott. Zum Trainingsgelände. Leute, guck mal, wie das cool aussieht. Superman hat mich in den Händen und wir fliegen über Los Santos. Aber ich weiß nicht, wo das Trainingsgelände ist. Aber ich spreche mich gleich wieder, wenn wir da sind. Oh, das sind wir. Ah. Wir sind da. Servus. Was passiert jetzt? Wie werde ich zu Superman? Hier. Komm mit mir. Nein, nicht hier. Okay. Ja. Nein. Mitkommen. Ja. Geh vor. Du musst ans Ende gehen. Okay. Ja, 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 ja. So, ja. Nun, damit du wirklich... Ja? ...die Kräfte von Superman bekommst. Ja. Guck mir in die Augen. Oh, ich gucke ihnen in die Augen. Sie leuchten. Ich werde dir nun mit aller Macht die Kräfte von Superman geben. ich lebe noch leute ich lebe doch aber was soll jetzt was soll jetzt passiert heute super 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 endlich hast du es geschafft hier bin ich ich bin ja ich kann fliegen gehen wir ein bisschen speed siehst du die acht dort hinten ja ich bin vor dir da oh mein gott guck mal wie schnell ich da bin und jetzt auf der jacht laden alter war das crazy alter war das gut muss noch trainieren geziel zu landen es macht spaß auf jeden fall ja konzentriere dich ja ich kann die power in deine augen siehst du diese möwen rumfliegen treff sie mit den laseraugen irgendwie betreff ich dich aber aus dem weg warum habe ich kein schmerzen gespürt weil du superman bist sie haben mir meine nackenhaare glatt angefackelt mitkommen wir fliegen wieder rüber zur straße die polizei wie gelandet hey muss ich jetzt die verbreche hier sheriff polito bay mitkommen auf die straße hier sorry wo bist du ja super ich sehe dich irgendwie was haben die menschen jetzt okay ja und jetzt was unsterbliche kraft ja nun gehst du zu einem auto hin und hebst es einfach hochheben einfach so die damen es tut mir leid ich müsste einmal ich hab's und nun ja wegwerfen und wegwerfen okay manchmal haben wir keine zeit um autos wegzuschmeißen wenn wir kraft benötigen man benimm dich sorry so kann ich das auch stop bleiben sie stehen warte mal die wollen nicht stehen bleiben sorry ja perfekt also fußball super man habe ich dich erwischt super man erwischt super man tut mir leid da ist einfach weg leute super man ich bin hier ja ich sehe es ja auch damit weil ich jetzt einfach mal was für oder und musste die stadt ich hatte sogar wärmebild sehen was das wie cool das ist die x-ray fähigkeit okay so kannst du alles so man platz nur musst du die welt vor verbrechen schützen alles klar ich gehe in den urlaub ja viel spaß und leute auf mein auto perfekt ich würde einfach sagen da wir jetzt für 24 stunden super man sind werden wir natürlich das tun was ein superheld tun muss leute leute wir fliegen jetzt erstmal in die stadt und gucken was dafür verbrechen auf uns lauern leute und werden diese aufhalten ich sag euch ehrlich wie es ist vielleicht wegen der kurze polizei und fragen was so ansteht let's go so leute schön hier landen und und boom servus leute ich bin da hallo officer ach du leute ich hab gedacht kanal ist schon wieder vorbei nee kann man das genau jetzt richtig und zwar ich bin super man für heute ich bräuchte fälle kriminelle fälle was steht an können sie mit dem polizeifunk geben damit ich arbeiten kann kommen sie mit ich bringe direkt rüber ja 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 ich bin sie da warten so kurz ja ja schon auto aus ja alles klar ja warten sie ja ok kommen sie sich um ja gut ich bin ich mich an tschuldigung einsteigen sie haben echt keine autos muss ich sagen ja ich weiß so wir fahren kurz rüber wohin so dorthin wo sie müssen okay perfekt jaha super leute der erste fall wird gleich aufgeklärt let's go okay okay krankhaus okay hier müssen wir jemanden untersuchen leute hey manfred hier haben wir wieder so ein feld die psychiatrie warten sie waren sie mit dort kriegen sie hilfe was soll das denn jetzt ich schlampe den officer ich glaube es war bleiben sie stehen aussteigen aber wenn sie vor allem guten geister verlassen wir haben es hier rüber geschafft ich sag sie so wie es ist sauer damit sie nicht mehr abhauen bleiben sie erst mal weg so haben wir uns verstanden ein auto geben sie mir einen polizeifunk dann mache ich das selber sofort ihr funkgerät hören sie mir zu ihr funkgerät für dich haben ich werde schießen sie doch ich habe einen laser bekommen denken sie mir tut ihre waffe weh so also entweder geben sie mir jetzt ihr funkgerät damit ich arbeiten kann oder ich bringe sie dazu wow ok 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 ich gebe mir mein funk lassen wir die runter so geben sie mir ein funkgerät ja hier danke schön bringen sie mich wieder zurück check check officer funk check check wie heißen sie officer manfred officer manfred manfred ok ok ich gehe arbeiten bringen sie mich wieder zurück definitiv nein so auf jeden fall leute wie müssen wir jetzt nur noch in polizei wir kreisen hier durch die stadt patrouillieren und warten bis wir was reinbekommen leute so leute wir fliegen hier durch die gegend die gegend eine schießerei bei den bolas streets gemeldet schießerei bei den bolas es handelt sich wohl um ein clown gegen die bolas wir gehen hier rüber wir gehen rüber wir gehen rüber wir gehen rüber die bolas hallo hallo bolas auf wen schießt ihr hola was schießt ihr jetzt auf mich hallo bolas kann mir jemand mal sagen wo der clown ist sorry sorry hey clown hey hallo warte auf mich clown kleine verfolge leute so ich mach kurz check check alle bolas eliminiert ich verfolge den clown check check so kurzer durchsager gegen ihn du kriegst mich niemals oh du bist so schnell servus los geht ab kann ich kurz fragen wieso du das ganze warst ich muss dich nur in super speed ja 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 oder oder ja war hat zu schnell ja immerhin das ist doch ganz kurz zur bank aber darum ja ja ich lasse mich hier eraus er hat ja genau hier dass du bereit ja das ist ja nicht runterfallen lassen Bitte, aaaaaaah, yippie! Check, check, verrückter Cloud, MPD gefangen genommen, im Gefängnis, bitte um Verschärkung. Sag mal, welcher Idiot hat ein Cloud im Gefängnis? Ist das mit all seinen Waffen? Ich rufe sie kurz ab, check, check. Ja, Cloud! Äh, warte mal. Aua! Sorry, gibst du mir kurz das und das und das und das und das und das und das und... Ich glaub, ich hab übertrieben, den gibt's nicht mehr. Ähm. Äh, Cloud wurde eliminiert, sorry, check, check. Ähm, wir haben... Das ist gut. Ich glaub, wir haben ihn zerstampft, Leute. Egal! Servus, Leute, ich bin Superman! Ich glaub, das ist ein Slogan für heute. Nicht Superman, sondern Superpupsig! Ist zur Stelle! Woo! Let's go, Leute, wir gucken, was so weiter ansteht. Woo! Und wir fliegen durch die Stadt und ich bin Superpupsig! Aktion, Aktion! Die Bank wird ausgeraubt! An alle Einheiten! Die Bank wird ausgeraubt! Wir bündigen alle Einheiten! Check, check, ich bin da! Check, check! Ich kümmere mich drum! Check, check! So, Leute! Und landen! Die Bank wird wieder ausgeraubt! Wir gehen jetzt rein! Oh, ja! Oh, 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 oh! Äh, hallo? Hallo! Hallo! Äh... Was wollen Sie? Ähm... Ich müsste Sie bitten, einmal auszusteigen, ja? Gehen Sie mir aus dem Weg oder sind Sie der Nächste, der landet? Genauso ein... Okay, ich hab ne Geisel, sehr schön, das ist mehr Geld für mich! Perfekt, ja, ähm... Darf dich fragen, wieso Sie sowas machen? Haben Sie Geldnot oder... Ja, meine Mutter hat ne wichtige OP und die Versicherung deckt das nicht? Natürlich nicht, Alter, ich will einfach nur reich werden, aussteigen, Hände hoch! Ähm... Ja, okay, aber die Frage ist, haben Sie das ganze Geld hier in den... ...Wagen gemacht? Oh! Oh, Paula! Ups! Äh... Check, check, auszusehen, verdächtiges Fahrzeug weggetreten! Check, check! Äh, hat jemand ne Urus gesehen? Gehen Sie mal dahin, Mann! Wir haben doch... Gucken Sie doch! Äh... Oh! Check, check! Ups! Äh... Ähm... Servus! Ähm... Tut mir leid, Mann! Äh... Warte, ich mach den wieder runter vom... Oh! Sorry! Warte, ich mach den... Oh, warte! Oh! 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 Äh... Wo ist der jetzt hin? Huch! So! Äh... Verdächtiger der Bank eliminiert vermutlich und Urus ist ähm... Äh... Wir haben eine schlechte Neuigkeit nochmal! Ja? Und zwar ist da wohl noch jemand bei der Bank, den Sie vergessen haben. Kümmern Sie sich bitte auch um den, ja? Okay, super! Komischer Typ! Ja, alles klar! Ciao, ciao! Ähm... Gut, den bezahlen du mir, du Klau! Äh... Wer bist du? Ich will dir nichts angehen mir auf den Nerven! So! Ja! Äh... Tut mir leid, ich muss die leider ver... Oh! Äh... Äh... Verdammt! Äh... Kannst du deine Maske aus? Oh! Woher wusstest du das? Weißt du, wer ich bin? Ja, Lucy! Äh... Weißt du, wer ich bin? Juck mich nicht! Mach hier keine auf Superman! Das weißt du, wenn die Bank auslaufen will, lau ich die aus, sonst macht die kaputt! Ich ziehe jetzt heute... Haben! Wir uns! Was tun denn? Warte, warte, warte! Nein, nein! Okay, du willst Ärger haben? Kein Problem! Äh... Oh... Ah... Slav! Der Tausend! Oh... Servus! Was geht ab, Mann? Ich wünsche mein Outfit! Ich bin heute Superman! Super Pupsi! Wer deckt den so angesogen und hops genommen? Du siehst aus wie der größte Clown auf einer Clown-Zule! Wirst du gehänselt, weil du ein Clown bist! Äh... Seh ich so schlimm aus? Ja! Zieh dich um! Ich glaube, ich muss echt zu diesem Laden fahren mal und äh... Mein Gott! Aber ich muss mal sagen, der Tausend Sonnen jetzt irgendwo loslassen! Wo... Wo bist du? Oben in der Luft! Äh... Wie du bist denn da los? Äh... Thuan, warum kannst du fliegen? Äh... Äh... Warum kannst du fliegen? Äh... Ich bin Thuan! Äh... Okay... So, erstmal auf das Glas hier gehen! Thuan! Was?! Äh... Kannst du die Burger in Ruhe lassen? Ja! Äh... Musst du meine Kraft loswerden! Alles gut! Ich geh dann mal kurz mich umziehen oder so, ja? Ja! Mach gut! Aus dem Winkel ist Mois Bullen! Oh! Oh! Äh... Warum hat Thuan so Fähigkeiten, Leute? Ich weiß es nicht! Aber Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich flieg jetzt kurz zu dem Laden, der mir diese Klamotten verkauft hat und ich werde ihn einfach mal abfackeln! Weil das kann doch nicht sein, Leute! Was ist das denn für ein Müll gewesen? Na, wo ist er denn? Oh Leute, ey! Das muss mit irgendwas zusammenhängen! Dieses Suburban, es tut mir leid, aber der Laden wird heute brennen! Super Fähigkeiten! Das ist hier das Schlechte auf! Na, hör mal, Schnuckelchen! Äh... Was? Du hast dich mit dem falschen angelegt! Bist du... Hinter dir! Der Ver... Oh! Wow! 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 Wie wichtig ist das? Ich... 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 Okay, Leute, wir müssen wohl... Wir müssen wohl unser X-Ray machen. Irgendwo in der Luft muss jemand fliegen. Leute, ich müsste ihn sehen mit meinem X-Ray. Irgendwo in der Luft müsste er doch sein. Hä? Da vorne... Da ist irgendwas. Da ich seh ihn! Ich seh ihn! Ey! Ich... Ich... Komm her! Komm her! Komm her! Oh... Wo bist du? Ich bin hier unten am Tempel. Ich weiß, wer das ist. Hitz und beständig ist meine Rüstung schon. Verdammt. Wir können reden, okay? Warum hast du mir die Klamotten gegeben? Weil du auch einen schlechten Klamottenstil hast. Du wusstest, dass ich Superman werde. Superman ist eine Schmalfruhe. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Ayrube. Oh, wir gehen schwimmen. Aktivierung. Geht es dir gut? Selbstzerstörung eingeleitet. 50% 80% Selbstzerstörung Nuklearstrahl wird aktiviert. Oh, da ist was in die Luft gegangen. Ähm, wow. Wow, was war das denn für eine Explosion, Leute? Egal, wir haben es geschafft, Leute. Wir waren heute Superman für 24 Stunden. Haben Iron Man besiegt. Haben andere Schurken besiegt. Und unser Outfit ist echt nicht so cool, Leute. Warum habt ihr es nicht direkt gesagt, Leute? Nächstes Mal bitte in die Kommentare schreiben, wenn mein Outfit nicht so gut aussieht. Aber bis zum nächsten Video, Leute. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.